Damit ihr gut gewappnet ins neue Windows 11 starten könnt, haben wir in diesem Video ein paar schnelle Tipps zur optimalen Einrichtung für euch. Den Anfang macht der Standardbrowser. Jetzt denkt ihr bestimmt, Moment mal, das ist doch ein Klick? Warum erklärt die mir das? Und ja, in Windows 10 war das Thema mit einem Tastendruck erledigt. Nicht aber bei Windows 11. Denn statt einem Klick gibt's hier eine Klick-Orgie. Mal angenommen, ihr habt euch Google Chrome runtergeladen. Nach erstmaligem Öffnen werdet ihr gefragt, ob ihr Chrome zu eurem Standardbrowser machen wollt. Wenn ihr nun auf Festlegen klickt, werdet ihr in den Bereich Standard-Apps weitergeleitet und es beginnt eine viel zu mühsam gestaltete Arbeit, bei der man einfach nur den Kopf schütteln kann. Denn nachdem ihr Chrome aus der App-Liste rausgesucht habt, müsst ihr für jeden einzelnen der elf Dateitypen Chrome als Standard festlegen. Nur wenn man bei jedem Eintrag manuell die Standard-App geändert hat, akzeptiert Windows 11 einen anderen Browser als Microsoft Edge als neuen Standard. Eingehende Benachrichtigungen können richtig auf die Nerven gehen. Zum Glück gibt es in Windows 11 die Option, einen Benachrichtigungsassistenten zu aktivieren, indem ihr festlegen könnt, wann welche Benachrichtigungen angezeigt werden. Zudem lassen sich automatische Regeln definieren, sodass nach dem Start eines Spiels keine Benachrichtigungen mehr die Spielsessions stören. Es lassen sich auch Zeitrahmen festlegen, indem man keinerlei Benachrichtigungen erhalten möchte. Wer möchte, dass Microsoft so wenig wie möglich mitbekommt, sollte mal einen Blick in die Datenschutzoptionen von Windows 11 werfen. In der Einstellungs-App könnt ihr unter den Windows-Benachrichtigungen einstellen, welche Daten Microsoft erheben darf. Wichtig ist hier der Bereich Diagnose und Feedback, in dem ihr euch Diagnosedaten anschauen und direkt löschen könnt. Von hier aus kommt ihr auch ins Datenschutz-Dashboard, in dem ihr sehen könnt, welche Nutzerdaten Microsoft zu diesem Microsoft-Konto gesammelt hat und seid in der Lage, diese zu löschen. Laut Microsoft sind bestimmte Telemetriedaten notwendig, um etwa Windows-Updates einspielen zu können. Falls ihr diese Telemetriedaten nicht freigeben wollt, müsst ihr zu externer Software greifen. In den Datenschutzoptionen in der Einstellungs-App könnt ihr zudem die Berechtigungen der installierten Apps verwalten. So lässt sich beispielsweise im Punkt Position der Standortzugriff einzelner Apps oder im Punkt Kamera der Zugriff auf eure Kamera verwalten. Mit Windows 11 kommt auch ein neues Feature namens Fokus-Assistent. Hier lassen sich mit den Fokus-Sessions individuelle Timer erstellen, wie lange man ungestört am PC arbeiten möchte. Ein weiterer hilfreicher Tipp findet sich in diesem Zusammenhang in den erweiterten Optionen im Bereich Windows-Update. Hier lässt sich unter anderem definieren, dass Apps automatisch neu gestartet werden sollen. Falls man diesen Punkt aktiviert, werden nach jedem Neustart des PCs automatisch einige der zuletzt geöffneten Programme wieder geöffnet. Allerdings unterstützen nicht alle Windows-Programme diese Funktion. Voraussetzung ist, dass man sich mit dem gleichen Benutzerkonto nach dem Neustart anmeldet, wie bei der vorherigen PC-Nutzung. Dadurch lässt sich nach einem Neustart zwar schneller weiterarbeiten, bei schwacher Hardware können zu viele Autostart-Programme aber auch zu einer schlechteren Performance führen. Hier lohnt es sich also immer mal wieder einen Blick in die automatisch startenden Programme zu werfen. Praktische Neuerung ist hier, dass ihr per Benachrichtigung informiert werdet, wenn ein neues Autostart-Programm hinzugefügt wurde. Wo wir schon beim Thema effektiver Arbeiten sind. Mit dem neuen Snap Assist lassen sich geöffnete Fenster zu einer Gruppe zusammenfassen und mit einem Klick aufs Taskleisten-Symbol automatisch öffnen. Diese Funktion kann im Bereich System im Untermenü Multitasking konfiguriert werden. In einem vorigen Video haben wir bereits einige Tricks abgehandelt, wie man einem lahmenden Betriebssystem wieder neues Leben einhauchen kann. Viele dieser Tricks lassen sich auch auf Windows 11 übertragen und anwenden. Ein wichtiger Punkt sind die Animationen, die in Windows 11 näher und aufwendiger geworden sind. In den Einstellungen unter Animationseffekten lassen sich die Effekte einzeln deaktivieren. Das lohnt sich vor allem auf Hardware-Grücken. Das war es auch schon mit den Tuning-Tipps für Windows 11. Habt ihr Lust auf mehr Videos zu Windows 11? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.